We gonna put it all in Yeah Can't take a loss I don't trust you when you talk You talk a lot Acting like a zombie copy How they talk What's the drip I don't think they drip in Thousand dollar jeans Tell me why they got the ribs Then all these rappers Oh, Pleasant Park Okay, es gehen auf jeden Fall welche mit So, die waren Minis Also gestern kam ja diese neue Drum Shotgun Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die mega schlecht Also ihr könnt ja mal eure Meinung über die Waffe in die Kommentare schreiben Aber ich hasse die Waffe Oh, da ist sie schon Ich dachte, das wäre nicht Ah, besser So Hier müsste einer sein Er hat ja gar nichts gecheckt Ich habe keine Mets mehr Junge So, Grau MP oder Ja, hat auch schon ein Trommelgewehr Aha Hä Der Waffe, Alter Keine Ahnung Manche Gegner sind irgendwie die Besten mit der Waffe Aber ich habe die gestern halt ein bisschen gespielt Und gefühlt 10 Schüsse gebraucht Bis jemand down gegangen ist Also ja, mir gefällt die Waffe gar nicht Aber manche Gegner geben Damit irgendwie so gute Hits Verstehe ich nicht Uh Nehmen wir auf jeden Fall mit Obwohl, komm Ich trinke einfach den Chuck Chuck für die 60 Leben Ich würde eh gleich irgendwie Hängegleiter oder so mitnehmen wollen So, wo ist die Zone Och, nee Alter, das Leben auch nur noch 14 Ich check nicht, wo die Ah Hier ist irgendwo einer So Da ist er Ach, die Waffe Oh Blow MP Der ist low Digger Hey, warum spielt jeder die Waffe? Die ist so schlecht Ich check's nicht So Vom Berg hat glaube ich noch einer geschossen So Wo bist du? Alter Wie geil das aussieht Wie der Schnee runter fällt Nein 150er jetzt Nein Ich hätte auf Headshot gehen sollen Hey man So Da oben ist einer Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich schneide Ratz Video und habe jetzt erst bemerkt, dass meine Pump da einfach nicht geschossen hat und ich deswegen fast gestorben wäre Alter, mir passiert das einfach so oft, dass meine Pump einfach nicht schießt Das passiert das euch auch manchmal Oh, das kommt gut Nice Komm schon nochmal raus Fuck Digger Digger So, was jetzt? Der hat die ganze Zeit so genervt mit seiner Sniper Und dann Ich habe ihn mit ihm geholfen. Einen Jorn. Hab ich doch einen Lager frei? Ja. Ich hab ihn gehört. Was macht der? Oh, so schlecht ist er gar nicht Junge, ich will nicht mit dir anfreunden Er wird nicht gleich so safe killen Droppt seine Waffen Okay, dem Schenke ist safe, den Winn Okay, komm Ey, aber wir haben gar keinen Platz hier Ey Entrinkt Nein Er hat anonym drin Ey man, jetzt kann ich seinen Namen nicht sehen Alter, geiler Fight Ey, was war das für ein Ende Also, das war's auch schon mit dem Video Ich denke mal, ich werde gleich in dem Wiederholungsmodus gehen Und seinen Namen nachschauen Und dem vielleicht enden oder so Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen noch unterlassen Und vergesst nicht zu abonnieren Um nichts mehr zu verpassen Und ja, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao